hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute ist wieder folgendes Spiel da was ich spielen muss das Marvel Strike Force starte mal sofort ich habe es ja gestern schon runtergeladen die ganze Nachricht dann schon wieder was runterladen also wie ich gestern schon sagte mir das Spiel sehr viel Spaß gemacht es gibt es auch genug Helden die man spielen kann ich würde vielleicht sagen da fehlt vielleicht ein oder zwei Helden die man vielleicht noch mit reinnehmen könnte aber was soll es sollen ja auch nicht so viele Helden sein so wie beim anderen da sind ja keine Ahnung wie viele Helden da haben wir auch Helden die man eigentlich gar nicht kennt Ah hier kann ich Hike kriegen ich weiß nicht wie viele Tickets ich von Hike brauche damit ich den freischalten kann öffnen 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 ich habe nur 50 die kosten ja Gold okay es sind auch keine Helden keine Helden und nichts umsonst was ist da holen für 35 kann ich den holen nein nein der ist glaube ich noch frei oder für 2000 nur ein Ticket wie gesagt ich weiß nicht wie viel Splitter ich von einem Helden braucht damit ich den zusammensetzen kann vielleicht ist das ja auch unterschiedlich steht das vielleicht hierbei Hike von Hike brauche ich 180 okay ich muss die ganzen Erfolge hier machen dann kriege ich Hike das ist noch keine 180 na egal 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 Liste Vorräte tägliche Ziele überspringen aber ich glaube ich kann später noch ein vierter mit hinzunehmen vielleicht gehen die auch noch später fünf weil die sind ja auch immer so am meisten zu fünft Spott Spott keine kleine Heilung Hm. Hm. Oh, ich kann nicht heilen. Oh, ich habe ihn gegen seinen Fuß geschossen, ob er das weht hat, ey, der war ja zumindest auch schon tot. Ja, zwei Sterne. Aber ich glaube, ich sollte mal meine Helden ein bisschen mehr aufleveln. Warte mal, da ist der doch am wichtigsten, ist ja unser Tank. Oh, Stufe 3. Nice. Das muss ich bei Cage machen. War bei Spider-Man nichts mehr? Nee. Schade. Naja, egal. Tägliche Ziele haben wir erreicht. Jetzt zu denen hier. Überspringen. Und bereit. Und bereit. Das ging aber schnell. Oh, da kommt noch einer. Das kenne ich auch vorher. Wie hieß denn der? Ist das Pullei? Nein, Pullei sieht anders aus. Der ist aber weit geflogen. Nichts. Ja, ich bin echt dran. Ich bin zehnmal. Du bist Toyn palierst. Und das macht mich. Und dann wird mich so gut. Dann können wir hier wieder生f sente. Na gut, ich werde hier wieder zum Kampf geführt. Tchum, da ist er runtergeflogen. Oh, tot! Und der nächste Weg. Nur 2 Sterne. Schade. Punisher. Oh. Schade. 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 Oh. Der Heiler noch etwas. So, ich mache jetzt noch einen Angriff. Das setzt den Punisher noch mit rein. Der Punisher ist, glaube ich, kein Tank. Okay. Okay. Ah, hier. Hier ist der Red. Was wird es gehen? Nein. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich kann ja auch wie ein Damen nie merken. So, ich weiß nicht. Cha, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich ja auch nicht. Gerne ist nicht. Ich möchte aber doch erst den Geput machen. Jetzt ist er kaputt, nein, der lebt noch, ok, der Heiler hat alle gerettet. Oder die Heilerin, sieht man ja eher aus wie eine Frau. So, da holen wir nochmal die roten Punkte hier ab. Das und ausrüsten. So, damit haben wir alles ausgerüstet. Da ist noch ein roter Punkt, ach, die tägliche Ziele, ja egal. So, ich würde sagen, das war's dann für heute. Ich hol mir jetzt noch schnell mein Ticket ab. Und dann, ja, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nichts für euch mal seid. Bis dann, viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.